Strahlende Gesichter natürlich bei der Rapperswil, Jona Lakers und bei mir der Mann des Spiels, Melvin Niveller. Wie sieht es Ihnen aus nach diesem Super-Sieg zum Jubiläum? Ja, es war ein grandioser Match. Die Kulisse waren unglaublich, was unsere Fans mit den Choreos geboten haben. Es zeigt einfach, dass der Rapp in der ACA komplett angekommen ist. Fantechnisch sind wir voll dabei, die Stadt statt hinter uns. Und was unsere Fans leistet, unglaublich. Aufgefallen ist uns natürlich auch Ihr Helm weiss und mit einem Fragezeichen. Was setzt Sie damit auf sich? Ja, da darf ich momentan noch nicht zu viel verraten. Ich bin nächste Woche im MySports Studio. Und dann lösen wir diese Geschichte gerne auf. Also vorher ein Geheimnis, aber wir freuen uns darauf. Danke vielmals.